Seit mittlerweile zehn Jahren sind Caro und Andreas Robens schon verheiratet. Im Dezember möchten sich die Sommerhaus der Stars-Teilnehmer auf Mallorca sogar noch ein zweites Mal das Ja-Wort geben. Ein Thema könnte die baldige Zeremonie jedoch überschatten. Der unerfüllte Babywunsch von Andreas. In der TV-Now-Doku Caro und Andreas für Fäuste für Mallorca verrät Caro, dass sie keine Kinder möchte. Es gibt für mich eigentlich nichts Positives an einem Kind, gibt die Bodybuilderin zu. Doch wie sieht das bei Andreas aus? Ab und zu hätte ich gerne mal einen Sohn, mit dem man was unternehmen kann, oder eine Tochter, der man schöne Klamotten kauft. Oh, könnten diese unterschiedlichen Ansichten etwa ein Grund dafür sein, dass die anstehende Hochzeit ins Wasser fällt? Nein, zum Glück nicht. Andreas akzeptiert, dass seine Frau keine Kinder möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so ein toller Vater wäre, der Drachen steigen lässt, schließt Andreas mit dem Thema ab. Das Auswandererpaar hält also weiterhin zusammen, auch ohne Kinder. das Auswandererpaar hält im Haus. äääääää. broth3rmax